Hallo, ich bin es wieder, Luisa von Das Bücherregal. Es ist Sonntag und ich komme gerade aus der Bücherei. Und da habe ich ein paar ganz besondere Bücher gefunden, über die ich mich total freue. Zunächst einmal, Wen der Rabe ruft von Maggie's Dievater. Ich liebe diese Autoren. Dann habe ich noch, ähm, Wer liebt mich und wer nicht, warum? Der zweite Teil von Wem küsse ich und wenn ja, wie viele? Ein verdammt witziges Buch. Und dann noch den dritten Teil der Godspeed-Trilogie von Beth Ravis. Ich habe so lange darauf gewartet. Also, in die Bücherregel lohnt sich, Leute. Aber jetzt muss ich mich erstmal schnell für euch noch an meine Legend, Schwelender Sturm-Rätsel setzen. Also, bis nachher.